Aufschlag und Rückschlag. Mit diesen beiden Schlagarten kannst du am meisten Einfluss auf den Ballwechsel im Tischtennis nehmen. Willst du die Gegner mit deinen Aufschlagvarianten zur Verzweiflung bringen? Möchtest du auch gegen bessere Gegner mit starken Rückschlägen gut ins Spiel kommen? Zusammen mit Lars Hilscher habe ich alles in einem Videokurs gebündelt. Wir zeigen dir die Schlagtechniken im Detail und erklären dir wie man gegen verschiedene Spielertypen die Aufschläge und Rückschläge spielt. Erfahre geheime Strategien die dir so noch keiner gezeigt hat. Alles in leicht umsetzbaren Videolektionen und für jeden Spielertypen geeignet. Starte mit deinem Training. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020